Herzliche Einladung zur Gesundheitsmesse in Hart bei Graz am 16. November. Mein Name ist Irene Absenger. Ich vertrete auf der Messe die Firma Vitality. Uns ist es ein großes Anliegen, ganzheitliche Lösungen in jeder Lebenslage zu finden. Wir bieten Produkte für mehr Wohlbefinden, Sicherheit und Mobilität im Alter zu Hause zur täglichen Erleichterung für Sie und Ihre Angehörigen. Ich stelle Ihnen an diesem Tag viele kleine Alltagshelfer wie Gehstöcke, Schlüsseldrehhilfen, ergonomische Messer, eine Notrufuhr mit Sturzerkennung und vieles mehr. Wir bieten Ihnen auch hochwertige medizinische Produkte, welche einfach zu Hause angewendet werden können. Zum Beispiel zur Sturzprävention, zum Muskeln- und Knochenaufbau oder in der Schmerztherapie, ob bei Gelenks- und Rückenschmerzen, bei Verspannungen und zur Förderung der Wundheilung. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch. Gerne können Sie vor Ort verschiedene Produkte ausprobieren und sich von mir individuell beraten lassen. Bis bald auf der Gesundheitsmesse in Hart bei Graz.